Willkommen! Große, große Ereignisse erwarten uns im Juli 2023, ihr Lieben. Die Mondknotenachse verschiebt sich und dies wird uns für die kommenden anderthalb Jahre karmisch neu herausfordern, neu stärken. Die Venus, die Liebende im Himmel, wird rückläufig. Aber noch etwas, waren wir erleben, etwas Außergewöhnliches. Wir haben einen unglaublichen Vollmond, einen Supermond übrigens, der etwas größer erscheinen wird als gewöhnlich, der näher zu der Aale steht. Alle Vollmonde bis September werden super, um zu sein, schön anzusehen. Aber darüber hinaus ist dieser Vollmond hier im Juli, ohne zu übertreiben, der wichtigste Vollmond in 2023. Voller Sirius Mystic. Ja, I love it! Und deshalb werde ich auch diesem Teil besonders Gewicht geben in diesem Video. Überhaupt den Stern Sirius und sein Wirken näher beleuchten, das habe ich so noch nie getan. Aber hier nun ist der Zeitpunkt endlich da. Große, große Geheimnisse, Geheimnisse der Menschheit werden sich uns enthüllen. Ja, unterhaltet euch fest. Dieser so spannende Vollmond wird gleich am 3.7. im Steinbock stattfinden. Und bedenkt, Pluto, der für Transformation steht, ist seit Juni wieder aus dem Wassermann zurück im Steinbock. Rückläufig zwar, aber gibt diesem Vollmond trotzdem eine sehr, sehr besondere Note. Denn dies ist der letzte Steinbock-Vollmond, dem Pluto noch beiwohnt. In Juli 2024 ist dann nämlich Pluto bereits im Wassermann. Ja, und zwar noch ein Steinbock-Neumond im Januar 2024, ja, mit Pluto. Aber das war's dann auch. Das hier ist der letzte kugelrund leuchtende Vollmond mit Pluto im Steinbock für die nächsten, ja, paar hundert Jahre. Dieser Steinbock-Vollmond steht nun entsprechend auch wirklich für wichtige Aufgaben, ja auch Lasten, die es noch dringend zu erledigen gibt, ja, die zu transformieren gilt. Überhaupt sollten alle Steinbock-Pluto-Themen bis nächstes Jahr wirklich abgeschlossen sein. Eine große, große Aufgabe für uns alle hier, ja, es geht im besten Fall hier um die Vollendung, ja, Gottes Gnade, um Transformation, die tough sein kann, uns hier aber zum Glück nicht so schwer fallen sollte. Denn, zum einen, wir kennen mit dem rückläufigen Pluto alle Steinbock-Themen. Es kommt nichts Neues dazu, ja. Ja, und zum anderen steht dieser Vollmond im Trigon zum Glücksbringer Jupiter, der im Stier ist. Beide, Steinbock und Stier, sind R-Zeichen, Schwesterzeichen, ja, mögen sich. Ja, und dieser Vollmond steht auch im Sextil zu Saturn in Fische. Saturn herrscht über Steinbock, ja, gute Energien auch hier, Erde und Wasser. Beide Elemente harmonieren. Beide Elemente machen unserem Planeten, uns Menschen aus. Ja, hier kann also in der Tat Großes gestaltet und erreicht werden. Das sind so unglaublich schöne Kräfte, die man an dieser Stelle auch einmal visuell darstellen sollte und muss. Hier also die kosmische Momentaufnahme, die Geburtsradix vom Steinbock Vollmond. Im äußeren Ring sehen wir, wie immer, die Fixsterne. Der mittlere Ring zeigt unser Solarsystem mit den bekannten Himmelskörpern. Der innere Kreis zeigt die Aspektlinien, in welchem Winkel zwei Punkte zueinander stehen. Meine treuen Abonnenten kennen derartige Radix bereits sehr gut, ja. Und hier nach oben kreise ich ein, Sonne und Merkur, beide im Krebs. Und unten eingekreist seht ihr nun den dicken, fetten, kugelrundleuchtenden Vollmond mit Blüte zusammen. Nicht mehr ganz nah beieinander, aber immerhin beide noch im Steinbock. Und jetzt wird's interessant. Ja, passt auf. Sonne und Merkur, so nah beieinander stehend, bedeutet normalerweise, dass Merkurs Kräfte förmlich unter den Strahlen der Sonne verbrennen. Merkur würde man meinen, wäre geschwächt, kombastet, wird der Astrologe sagen. Und das ist normalerweise auch so. Warum es aber hier nicht zutrifft, sei erklärt. Zum Vollmond steht auch der Fixstern Sirius, nämlich mit Merkur in Konjunktion. Sirius, hier der gelbe große Stern, auch im Krebs, nimmt sich dem geschwächten Merkur quasi an. Also über unseren Köpfen am sogenannten MC, am höchsten Punkt im Himmel, im Zeichen Krebs stehen, ist richtig, richtig was los. Sonne, Merkur und Sirius, allem Krebs, beleuchten diesen Steinbock vollen Mond. Und Sirius, ihr Lieben, ist ja vom Durchmesser 1,7 Mal größer als die Sonne. Sirius selbst befindet sich, auch hier mal ein Sternbild dazu, am Hals des großen, kosmischen Hundes, Canis Major. Es gibt noch einen kleinen, Canis Minor als Sternbild, aber Sirius ist im Sternbild großer Hund. Ja, wird auch oft deshalb der Hundestern genannt. Und Sirius hat Jupiter, Machtkräfte, ist am Himmel in der Verlängerung des Oriangörtels sofort zu erkennen. Also jetzt im Sommer in Nordeuropa, ja, nicht wirklich erkennbar, weil er tagsüber direkt über unseren Köpfen ist. Aber ab Ende August etwa, wieder dürfte man ihn abends besser sehen. Er ist oder war mit Abstand eben immer schon der hellste, sichtbare Stern am Nachthimmel. Entsprechend ist der Hundestern schon seit der Antike bekannt. Wurde schon immer kultisch vererrt, besonders im alten Ägypten. Sotis, Osiris, Isis, Anubis. Es sind nur einige Götternamen des alten Ägypten, die mit Sirius in Zusammenhang stehen. Und Sirius wurde im alten ägyptischen Hieroglyphen übrigens wie folgt geschrieben. Man sieht, vielleicht einen Stern, darüber eine Art Halbmond oder einen Sonnenaufgang oder Unterwärm vielleicht. Und ein länglich gezogenes Dreieck formiert und obelixartig. Ja, so würde ich das beschreiben. Ja, warum zeige ich euch das hier? Wir geben hier zum Vergleich nun erneut die kosmische Momentaufnahme vom Vollmond. Und ich zoome nun rein in den spirituellsten Bereich der Astrologie, in den hier blau unterliegten inneren Kreisen. Und ja, et voilà, selbst. Diese ägyptischen Hieroglyphen sind am Himmel klar zu erkennen. Dieser Vollmond, ihr Lieben, steht durch und durch im Zauber von Sirius. Und so oder so ähnlich muss sich das auch einst den alten Ägyptern dargestellt haben, was diese dann für ihren Toten und oder auch Pyramidenkult genutzt haben müssen. Eine Pyramide ist letztlich auch ein Dreieck, nicht wahr? Ja, Sirius ist im Grunde genommen schon immer dieser eine besondere Stern gewesen. Ja, der Bethlehemstern, die Sternenkarte im Tarot, war der Stern der Sterne ja überall schon immer voller Mystik. Nur noch was ist hier zum Vollmond wirklich sehr außergewöhnlich. Hier mal die Aspekte zum Vollmond, nun tabellarisch dargestellt. Das ist quasi, was ich euch jetzt hier zeige, ein kosmisches Notenblatt zum Vollmond, ja, wenn man so will. Hier oben links erkennbar, wie der Sonne, Mond, Merkur, allem Krebs und wie diese eben ja zu anderen Himmelspunkten stehen. Und schaut euch nun ja diesen Bereich hier an, gelb unterlegt. Wirklich wunderschön. Eine Art Gemälde, kann man fast schon sagen. Im Grün seht ihr diese Astro-Dreiecke, sogenannte Trigone und Sextile, die Sternfiguren in einer Art Kreuz miteinander verbunden. Hier, ihr Lieben, zum Sirius-gefärbten Vollmond ist das kosmische Prinzip der Trinität klar zu sehen. Darauf will ich hinaus. Alt-Ägypter haben dies eben in ihren Dreiecken Pyramiden ausgedrückt, wie in Gizeh. Ich finde, das zu sehen ist immer noch einmal etwas anderes, als Mutter überzulesen oder mal gehört zu haben. Sondern für den Vater eines Dinges stehend, der Mond für die Mutter eines Dinges stehend und der Sirius-Merkur hier für höheres Wissen, Unterscheidungskraft quasi. Das alles steht so harmonisch verbunden mit dem Stereo-Jupiter und dem Fische-Saturn, dem Art- und dem Wasserelement. Für das Diesseits auch und das Jenseits stehend. Ihr seht diese Harmonie in Green vor euch selber mit euren eigenen Augen. Und das sei wirklich unterstrichen, diese Aspekte in dieser Form sind wirklich sehr, sehr selten, sehr rar. Normalerweise sehen Vollmond-Daten zum Beispiel so aus. Hier mal ein Beispiel von einem anderen Vollmond. Sonne und Mond stehen in Opposition. Der Rest sieht er quasi etwas durcheinander aus. Und hier zurück zu unserem Steinbrück-Vollmond. Es ist also eine sehr auffällig besondere Himmelskomposition hier. Die musste ich euch zeigen. Fast hätte ich selber ja nicht gesehen. Und hier kann es entsprechend nun wirklich um eine Art seelische Auferstehung gehen. Für einige zumindest eine Auferstehung, die zunächst vielleicht auch eine Art Opfer braucht. Das Kreuz symbolisiert das einfach. Das sind eben wirklich Sterbe- und Werdeprozesse ganz im Pluto-Stil. Hier öffnet sich uns vielleicht eine Art Tür, Tor zu einer anderen höheren Welt. Und steht nun also Merkur im Krebs in Konjunktion mit der Sonne. Aber eben auch mit Sirius wird der menschliche Verstand nun nicht langsamer, verbrennt, sondern wird gefüllt, ersetzt durch Wissen und Verständnis aus einer anderen, höheren Dimension. Merkur wird nicht schwach, sondern als Teil der kosmischen Trinität. Elementar wichtig, wenn nicht zum stärksten Himmelskörper hier. Ein Sirius-Merkel ist die Message, das Verbindungselement von oben nach unten, von unten nach oben für die Menschheit. Ob diese Art von tabellarischer Aspektdarstellung himmlischer Himmelskörper sogar einst im alten Ägypten die Vorlage war für den Bau der Gizeh-Pyramiden. Ja, also mystisch ist dieser gesamte gelbe Bereich hier. Und das könnte wirklich, wirklich so sein. Schaut her, alle Aspekte liegen in ähnlicher Anordnung wie die Gizeh-Pyramiden. Und selbst die Sphinx mit dem Stern im Gesicht, an dem Semiquadrat für die ausgeschreckten Beine stehen, sind irgendwie einmalbar einzuzeichnen. Viel, viel mehr könnte man sicherlich einzeichnen, einmal. Ich habe mich jetzt nur auf das Wesentliche konzentriert. Und weil jetzt wirklich null Interesse hat, einem der sieben Weltunter näher zu kommen, hoppe über dieses Kapitel in den Timecodes unten in der Infobox. Ja, aber vielleicht doch. Wollt ihr selbst, ja, diese Besonderheit sehen, die über die Juli-Horoskope hinaus etwas erfahren, was der Menschheit seit wirklich etwa 5000 Jahren verborgen ist. Es offenbart sich uns hier in unglaublich schöner Weise. Und wirklich, alles fing an mit diesem besonderen Aspektbild. Und diese Besonderheit, diese Schönheit erkennt, ja, um zu überspringen. Es war wie einem Regenbogen im Himmel die Farbe Gelb wegzunehmen. Es geht nicht, ja. Und so kam mir nun die Idee, diesen Vollmond vom Standort Gizeh, Ägypten doch einmal zu betrachten, wo die Pyramiden, die Spinks wirklich sind. Und ihr werdet nicht glauben, was sich hier im Kosmos uns zeigt. So, ich nehme euch jetzt mit auf diese mystische Reise, wenn ihr erlaubt. Hohle euch wieder zurück zum Juli, keine Sorge, ja. Und werde weitere Astroereignisse, die für euch relevant sind, natürlich besprechen. Aber, let's go through. Gizeh first zum Harten. Wunder, wunderschön. Niederose zu den Pyramiden und zu der Sphinx, ja. Ihr seht nun beide Radixe zum Standort Vollmond dargestellt. Links aus Berlin betrachtend, rechts aus Gizeh. Und ihr kennt vielleicht selbst, da gibt es Unterschiede. Und wir zoomen uns nun in die Radix von Gizeh und vergrößern noch einmal den inneren spirituellen Bereich. Und natürlich steht auch hier zum einen Serius in Hieroglyphen geschrieben, ja, wie in der Radix von Berlin zuvor aus betrachtet, ja, auch hier klar erkennbar. Aber auch die Gizeh-Pyramiden sind zu erkennen. Kein Scherz, drei Pyramiden. Und hier nun ein weiteres Element. Es ist Serius selbst. Der Serius Hund, besser gesagt. Nur interessant ist, ja, dieser rote Trennstrich. Ich verdeutliche diesen roten Strich extra. Und ich muss sagen, ja, genau. Es sieht wirklich so aus, als wenn vor der mittleren Pyramide tatsächlich eine Hundestatue liegt. Es gab schon oft die Vermutung, dass die heutige Sphinx von Gizeh mit Löwenkörper und Menschenkopf ursprünglich eine Hundestatue hatte. Bis heute gibt es diesbezügliche Befürworte und absolute Gegner. Ja, aber es sieht klar danach aus, dass das wirklich stimmt. Demnach muss die Sphinx wirklich schon vor den Pyramiden existiert haben. Ja, war zudem eine Hundeserius-Anubis-Statue, ja, womöglich auch mit einem schwarzen Hundekopf. Ein Serius-Werk muss an diesem Ort, ja, dem auch schon immer relevant und von Bedeutung gewesen sein, weil zur Serius-starken Zeit den Nil überschwemmte, also Fruchtbarkeit, dem Land brachte. Und letztlich, warum auch immer, wurde dann, ja, die Schnauze sozusagen entfernt, der Kopf ummodelliert zur heutigen Sphinx als Abbild, ja, vom Pharao Schäferin, dem Erbauer der Mittleren Pyramide. Also Gizeh bekam damit ein neues Gesicht. Unglaublich, aber das ist hier zu erkennen. So, bleibt nun der untere Bereich noch zu analysieren. Und hier, genau, ist der geflügelte Skarabäus zu erkennen, die Sonne haltend, das Glückssymbol der alten Ägypter, der Mistkäfer. Ihr wisst, es war die Erscheinungsform des Sonnengottes oder eine Erscheinungsform zumindest und wurde als Symbol für die Überwindung des Todes, für Auferstehung und Wiedergeburt verart, wirklich auch wunderschön klar zu erkennen. Was noch? Das hohes Auge ist zu erkennen, ihr Lieben, zum Vollmond. Das linke Auge des Mond, Auge des Feigengottes, das für Heilung und Fülle steht. Und ihr seht selbst, dieses Auge, wie eben von einem Feigen, schaut einen direkt an. Aber, ihr Lieben, auch ein weiteres Auge ist zu erkennen, das Auge des Reh, das rechte Auge, mit Pupille nach oben schauend, die Sonne zur Mittagszeit anblickend quasi, ist hier klar zu erkennen, das rechte Sonnenauge, das auch on top von Sirius gestärkt wird. Wissen über Geometrie, Baukunst, Mathe, Physik, andere Kunstfertigkeiten, Verleihung, Schreibkünste auch. Und hier einmal wirklich eine Malerei zum Sonnengott Reh selbst und auch das Auge eben die Sonne anblickend. Und, ihr Lieben, ich bin kein ägyptischer Hieroglyphenprofil, aber, wenn ich mich nicht irre, sind hier außerdem klare Buchstaben zu erkennen, die zusammen tatsächlich Ägypten ergeben, das zur damaligen Zeit Tameri hieß, also Beloved Land. Aber diese Hieroglyphenanordnung, die mal von oben nach unten oder von rechts nach links orientiert ist, bist du ein Profi überprüfen, wirklich. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Was ich damit nur sagen und zeigen möchte, ist, dass man einfach wirklich viel, noch viel, viel mehr aus diesem kosmischen Bild entnehmen kann als ich jetzt hier. Es gäbe noch tatsächlich viel, viel mehr zu sagen, vielleicht auch zu prüfen, zu Sphinx, zu den Pyramiden. Wie gern wäre ich jetzt archäologisch aktiv dort. Ich stoppe nun aber diese Ausführungen hier an dieser Stelle, denn das Wesentliche habe ich, denke ich, euch gezeigt. Bei so viel Zauber nun im Himmel, ob in Gizeh oder aus Gizeh oder aus Berlin, was ist es nun, dass wir alle für uns selbst ziehen können, aus diesem mystischen Vollmond, fragt ihr euch vielleicht nun. Also, aus diesem Vollmond, der übrigens bei 11 Grad im Steinbruch stattfindet, 11 dürfte aktuell auch die kosmische Zahl sein, die uns öfters begegnen kann. Aber zu diesem Vollmond, da sind wir in der glücklichen Lage, unser drittes Auge zu aktivieren, zwischen Diesseits und Jenseits stehend, zu höheren Wissen und wichtigen Einsichten zu gelangen. Ja, das dritte Auge aktivieren, das hört sich so an, als wenn es so einfach wäre, aber in der Tat geht hier eine mentale Tür auf, will ich meinen, die uns ermöglichen sollte, die Dinge klarer zu sehen. Ja, unsere Zirbeldrüse, inmitten unseres Gehirns, das für das dritte Auge steht, wird arbeiten, unter diesem Strahl von Sirius, wahrscheinlich in unseren Träumen. Ja, und nicht nur eben zum Vollmond. Ja, unterstrichen seien mich auch, drei Tage nach diesem besonderen Vollmond ist übrigens auch die Sonne-Sirius-Konjunktion exakt. Ja, zum Vollmond ist es Sirius und Merkur, am 6.7. in diesem Jahr wird die Sirius-Sonne-Konjunktion eben dann exakt. Hier kann wirklich eins nach dem anderen auch kommen. Sirius steht, das war auch noch mal erwähnt, jedes Jahr im Grunde genommen, ja, um diese Zeit in Konjunktion mit der Krebssonne, seit Sirius im Krebs ist, ja, seit dem Jahr 974 und gibt uns im Anfang Juli immer schon Special Insights, Geschenke aus einer anderen Sphäre quasi, eine kosmische Tür, wie gesagt, öffnet sich und tada, ja, und hier schon fast wirklich in doppelter Ausführung, ja, wirklich, unglaublich schön. Zur Zeit des alten Ägypten um 3000, 2000 für Christi, aber speziell Sirius im Stier. Damals war es also üblich, Tiergottheiten zu verehren. Sirius-Tür geht auf, quasi, ja, Tiergottheit kommt. Solche, wie jetzt hier im Bild mal auch zu erkennen sind. Diese hatten einen eben menschlichen Körper, aber den Kopf eines Tieres, eines Balken, Löwen, Krokodils oder eines anderen Tieres, ja. Man verehrte Ikonen, die plötzlich auch auf Himmelskörper, wie Sonne, Mond, Venus, Mars, was auch immer, zurückzuführen waren, ja. Man verehrte letztendlich das, was man mit den Sinnen wahrnehmen konnte, ja. Ab etwa 1200 vor Christi war Sirius dann im Zwillingen. Und sicherlich auch schon weit vorher, spürbar, standen wir dann eben in der Zeit der menschlichen Propheten und Heilige Schriften wichtige gottgesandte Messenger bekamen wir Sirius' Tür auf, ja, und ein Messenger unter eine Nachricht höheres Wissen kam. Ein höheres Beständnis von der Welt machte sich bemerkbar, ja. Nun, in, ja, der Krebs Sirius' Zeit, jetzt aktuell noch, wie gesagt, seit 974, geht es eher darum, ja, uns bewusst zu werden, dass wir alle Kinder, Mutter Erde sind, alles Nachkommen sind, Nachkommen des Propheten, ja, Schifferbauers, Kapitäns Noas, der selbst Wasser und Erde repräsentierte quasi, real und spirituell. Und jedes Jahr, Anfang Juli bekommt, ja, Mutter Erde, Planet Erde, aufs Neue, ein Sirius' Krebsgeschenk, wie auch immer sich, ja, uns das gesellschaftlich oder aber persönlich darstellt. Und hier konkret zwischen dem 3. und 6. 7. Jahr, hier eine super, super wichtige Zeit in diesem Jahr. Dies ist, also übrigens nicht nur eine besondere Zeit für Amerika, ja, bedenkt auch die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, wurde am 4.7. mit Sirius' Kräften quasi eins ratifiziert. Es gibt sogar einige, die zwischen Tameri, für Ägypten stehen, und Amerika, eine Verbindung sehen, ja, auch der Name Mary, Tamer, ja, stehen alle in Verbindung zu Tameri, aber das ist ein anderes Feld, ja. Abgesehen von diesen Namensähnlichkeiten, Elon Musk ist beispielsweise mit einer besonderen Sirius-Merkur-Konjunktion geboren. Sirius kann uns erheben, auch Queen Elizabeth, die Zweite, hatte eine besondere Sirius-Konjunktion mit Pluto, machte aus ihr eine langregierende Königin, ja. Sirius wendet oft etwas zum Guten, aktiviert Hilfe von einflussreichen Menschen überhaupt, werden oft besondere Persönlichkeiten geboren. In der ersten Juli-Woche war er auch eine Marilyn Monroe zum Beispiel, die auch eine gewichtige Sirius-Blutekonjunktion hatte. Sie war die Verkörperung von Sex Appeal, was hier nun letztlich auch zum Verhängnis werden sollte. Sirius steht je nach Konjunktion und Stellung auch für Gefahren, wirkt sogar zubeißend, ja, Menschen oder auch Hunde selbst, ja, können monsterartig ganz plötzlich zupacken. Die Triebsseele kann also auch schwergfiviert werden, das wollte ich unterstreichen. Menschen werden körperlich angegriffen, ja, und gar getötet. Manchmal nur wird durch den Tod auch jemand erst unter Sirius berühmt, post-mortem berühmt. George Floyd, der von amerikanischen Polizisten im Mai 2020 getötet wurde, auf offener Straße, ja, auf dem Boden liegend, die Luft zu pressten, auf den Hals drückend, wäre ein Beispiel dafür. Seinen Tod war sogar der Anfang der Black Lives Matter Bewegung. Ja, George Floyd wurde durch seinen Tod quasi unsterblich und das wären dann eben die Sirius-typischen, ja, negativen Mars-Jupiter-Kräfte, ja, alles hat stets zwei Seiten, nicht wahr? Sirius ist also zusammengefasst nicht nur gesellschaftlich, historisch, also im Transit her, sondern auch im Geburtshoroskop, ungemein wichtig, ja, nicht nur durch die Strahlkraft im Himmel, schon immer auch von enormster Bedeutung gewesen, astronomisch, astrologisch, selbst im Heiligen Koran wird Sirius als einzigster Stern, wirklich namentlich sogar genannt, in der Koransuche, der Stern, konkret, Sura 53, Vers 49, und dass er also auch noch der Herr des Sirius ist. Also keine Frage, Sirius hat Gewicht, auch in religiösen, islamischen Schriften wird dies bestätigt. Was immer kommt mit Sirius, hat einen plötzlichen Charakter, Dinge geschehen, überraschend, sind nicht in unserer Macht. Und dieses Jahr stehen on top zum Steinbock Vollmond, ja, und dieser Sirius-mystischen Zeit, ja, auch noch die Löwe Venus und der Stier Uranus im Quadrat zueinander. Das macht Venus in ihrem langen Löwe-Transit in diesem Jahr dreimal, aber Anfang Juli hier, zu all diesen beschriebenen Spektakel, eben zum ersten Mal, und gibt dieser Zeit einen wirklich, ja, sehr venusischen Surprise-Charakter, hat Power, ja, etwas venusisches, kulturelles, kunstvolles könnte gefunden, entdeckt werden, oder wird vielleicht losgelassen, Kunst wird weg, zurückgegeben, oder zurückgegeben, ein Statussymbol, vielleicht eine Sehenswürdigkeit, ja, wie die Giese-Pyramiden, lassen von sich hören. Etwas, was so wirkt, wie ein Magnet auf Menschen, muss vielleicht erneuert werden, ja, die Venus selbst könnte in den Fokus rücken, aber was wäre außerdem denkbar, ja, ganz allgemein, überhaupt Themen zu Ägypten, zu einem Kreuz, zu einem Dreieck, ja, bezüglich eines Hundes, oder einer Libelle auch, die Zahl 11, wie gesagt, und auch 9 und 49 könnten wichtig sein, ja, Sirius ist etwa 9 Lichtjahre entfernt von der Erde, deshalb ist sie bei irdischen Ereignissen immer oft Thema, ja, und alle 49,9 Jahre wird Sirius A, das ist der Stern, den wir alle im Grunde genommen auch sehen können, von einem weißen, kleineren Zwergstern, genannt, Sirius B, die umkreist, den man nicht wirklich sehen kann von der Erde, aber deshalb ist die Zahl 49, aber dann eben auch eine weitere Zahl, mystische Zahl, die wir wahrnehmen können hier auf Erden, aber ich könnte wirklich so viel zu Sirius philosophieren, ausführen, ja, auch für die Zeit, die uns ab dem Jahr 3152 erwartet, dann nämlich ist Sirius nicht mehr im Krebs, sondern im Löwen, in etwa über 1000 Jahren, ja, da haben wir dann wahrscheinlich, hier auf Erden, lauter Kings and Queens, ja, aber interessant ist ja auch, dass wir hier bereits ja zu dieser Sirius starken Zeit, und diesem plutonischen Steinbock voll Mond, in der Tat ja Venus und auch Mars im Löwen haben, ja, beide sind ganz nah beieinander, bedeutet, dass hier bereits einige Hand in Hand gehen, mit echten Königen und Königen, mit herzstärken, gläubigen Menschen also, und anderen nur einer Maske, einer Maske des Königen die Hand reichen, ohne es vielleicht zu merken, also sich mit unehrlichen, unechten, egoistischen, selbstverliebten Menschen, Schauspielern abgeben, die sich was einbilden, ja, andere manipulieren, ja, bis auch eben diese Maske eben fällt, früher oder später, ja, körperlich betrachtet, aktiviert der Steinbock voll Mond, unseren Knochenbau, Zähne, unseren harten inneren Kern, die Statur also, aber auch die Haut des Menschen, will sagen, was auch immer bei Personen im Inneren vor sich geht, werden sie an der Haut ihres Gegenübers erkennen können, innerer Stress vor allem, wir alle sind wirklich sehr dünnhäutig und feinstofflich zum Vollmond, und außerdem, warum Themen zu schwarzen, dunkelhäutigen Menschen, Afrikanern zum Beispiel, Thema sein können, zum Vollmond, diese Kraft besonders spüren, Ereignisse mit schwarzhäutigen Menschen dürften sich häufen, ich hoffe wirklich nur im besten Sinne, und nicht im Sinne von erhöhter Opferzahlen, also aktuelle Meldungen aus dem Raum Afrika wirken da eher erschreckend, Brotunglücke hier und Übergriffe da, ja, wir könnten uns auch selbst, wirklich zur Farbe schwarz angezogen fühlen, trotz Sommer und Wärme, was soll ich sagen, also, nimmt die Zeit wie sie kommt, die Eindrücke wie sie kommen, mystisch wird es so oder so, tankt auf jeden Fall genug Vitamin D, so viel zum Serious Zauber, ihr Lieben, machen wir aber jetzt weiter im Juli, vom 10. Juli an, passieren nämlich weitere interessante Dinge, ja, Pallas, der Asteroid-TR für väterliche Belange steht, und Mars, der kosmische Warrior, beide betreten die Jungfrau, die feminiene Jungfrau bekommt eine gehörige Portion Männlichkeit, wie kann sich das anfühlen, Jungfrau geborene selbst, sollten aufpassen natürlich mit ihren Kräften, ja, nicht loszupoltern, könnten schnell aggressiver reagieren auf alles, etwas streitsüchtiger sein, ja, bei Männern vor allem könnte der Testosteronspiegel erhöhter sein, bei Frauen sind es vermehrter, ja, hormonelle Schwankungen, oder es geht um, körperlich um, ja, die femininen, Postpflanzungsorgane, ja, aber darüber hinaus, kann sich Genderfeindlichkeit zeigen, Frauenfeindlichkeit, Femizide wären möglich, vor allem mit Mars in der Jungfrau, da gehen viele aus Rache oder tiefem Hass, greifen dein Messer an, ja, wir könnten vermehrt vom Zwittern hören, von Menschen mit Zweigeschlechtern, die weiblich unmännlich zugleich sind, in der Frauenmodewelt, könnte sich ein maskuliner Ton bemerkbar machen, oder es geht um, was weiß ich, Körperbehaarung bei Frauen, ja, was noch, Frauen könnten zum Bund gerufen werden, oder etwas derartiges, könnte zumindest diskutiert werden, Frauen beschützt das Vaterland, sowas eben, ja, Pallas und Marx in Jungfrau eben, oder Männer übernehmen in dieser Zeit, Frauenrollen, und Frauen eben, harte Männerrollen, werden dominanter, sowas eben, weil wir alle sollten, oder dürften mit Marx in der Jungfrau, im besten Fall, uns der Ordnung verschreiben, der gesunden Ernährung, Räume auf, und entwickeln, oder erfahren in der Familie, oder in Sachen Mutterschaft, positive, heilende, statt kranke Kräfte, ja, und besonders ist auch der 11. Juli, hier steht Marx und Pallas in der Konjunktion zusammen, ja, ihre Kräfte verschmelzen hier förmlich, und das während Merkur die Löwen betreten wird, alle Daten sind mal eingeblendet, hier haben wir also einmal ganz kurz, Venus und Merkur zusammen mit dem Löwen, ja, wir sollten wirklich hier aufpassen, in unserer Kommunikation, nicht zu hart zu sein, oder zu misstrauisch, ja, oder vorwurfsvoll, das könnten wir nämlich neigen, Merkur-Löwe und Venus und Löwen, dann stimme uns ja eigentlich eher verspielter, und in Kommunikationsbelang, ja, das Leben eben leichter zu nehmen, nur die Jungfraukraft durch Marx, vor allem hier, verfärbt diese, ja, Löweleichtigkeit etwas, oder aber, wir werden merken, was wir aussprechen, auch besonders Gewicht hat, ja, jeder Ausspruch, ja, durch die Jungfraukraft hier, eine Art, ja, zu einem Bittgebet wird, ja, gleichzeitig, seid euch dessen bewusst, ja, lapidar, oder aus Wut gesagt, das könnte tatsächlich erhört werden, und sich vor euch manifestieren, ja, ja, aber auch negatives, so intensiv, werden eure Worte nun sein, und erhört, wir werden insgesamt vielleicht auch, ja, ernster, strenger, aber andere eben auch bodenständiger, und geerdeter, ja, gesundheitsbewusster, einige werden vermehrt, vielleicht auch lügen, viele sagen, das eine tun, oder denken, aber das andere zeigt sich zum Beispiel hilfsbereit, oder dienstverpflichtet, aber ist in Wirklichkeit nur genervt, hasst das, was man tut, oder tun muss, von einem verlangt wird, will mehr Spaß, Leichtigkeit des Löwen, statt die Verantwortung der Jungfrau, und zeigt dies dann auch, mit entsprechenden Folgen miteinander, oder es geht eben um, ja, die Fruchtbarkeit, Empfängungsbelange, Kindererziehung, auch das Herz wird schwer beleuchtet, ja, und die Verdauungsorgane, ja, ja, was soll ich sagen, der 11.7. hat überdies auch stark karmischen Charakter bereits, weil wir eben einen Widermund haben, Themen, die egal wie hier an diesem Tag, oder zu dieser Zeit aufkommen, können uns länger beschäftigen, denn, bedenkt, am 12.7. ist es so weit, da verschiebt sich die Mondknotenachse, von Stierskorpion zu Widerwage, ja, für die kommenden 1,5 Jahre, sie verschiebt sich stets rückwärts, nicht vorwärts, ja, und entsprechend sprechen Astrologen auch immer von Kärmer, von all das Prüfungen, die es neu zu meistern gibt, an denen wir wachsen sollen, in den Themen aus der tiefsten Vergangenheit aufkommen, wir karmisch auf Menschen oder Themen stoßen, die wichtig für uns sind, die uns vielleicht ja Schlüsselmomente bringen, die unsere seelische Entwicklung vorantreiben, ja, zur Widerwage-Karma-Achse, konkret bin ich für jedes Sternzeichen in meinem Astro-Megaspecial, ja, vertieft da eingegangen, ich empfehle wirklich das Mego Astro-Special hier auf YouTube erneut anzuschauen, und verlinke es gerne unten in der Infobox, ja, aber grundsätzlich geht es mit dem nördlichen Mondknoten im Wetter, und dem südlichen Mondknoten in der Waage, um unser Selbstbild, um uns selbst, also vielleicht um wichtige Spiegelungsprozesse auch, die jeder ab und an braucht, wer bin ich eigentlich, ja, wofür stehe ich, ja, wie sehen andere mich, ich mich, ja, für was will ich eigentlich stehen, wo möchte und kann ich mit meinem Wissen und können für andere ein Vorbild sein, was ist überhaupt meine Berufung, meine Aufgabe hier auf Erden, ja, viele denken, es geht nur um Geld, unsere Finanzen nennen wir da, das ist eher nebensächlich, ein Nebenschauplatz, das wird das, es geht eher um, ähm, who am I, ja, nicht um, what can I buy, ja, und I am, das I, also zeigt sich besonders in dramatischen Situationen, in Krisenzeiten, wenn Dinge überraschend passieren, Menschen vielleicht in Not oder in Stress geraten, eine Balance, die vage von außen gestört wird, und hier zur Achsenverschiebung wird Uranus nun entsprechend für Überraschung sorgen können, hier werden quasi Masken fallen, ja, hier kann jeder, also seinem Selbst und anderen wirklich sehr, sehr nahe kommen, wenn man die Botschaft hier verstanden hat, ja, und vielleicht, weil es so gut passt, sei auch erwähnt, dass, als die Titanic sank, ja, vor 111 Jahren, der Nordmondknoten auch im Wetter war, und hier erneut, also, zum Mondknotenwechsel in den Wetter, ihr wisst, Karma-Kräfte sind weitaus vorher spürbar, verunglückten das Tauchboot-Titanen, ebenfalls ein Prestige, ein Vorzeigeprojekt, nur viel mehr, leider, für das Ego gebaut, nicht, aber für Gott, in dieser Karma-Phase, kann man, darauf will ich hinaus, sich in Höhenflügen verlieren, möchte ihm etwas besonders, ja, besonderes darstellen, schnell erreichen, besonderes, ja, machen, dann wird es eben auch mal wehtun, ja, wer wirklich etwas erreichen möchte für Gott, gehe aber ab und an einen Schritt zurück und hinterfrage seine persönlichen Ziele und Motive, Gebete, ihr Lieben, sind das Arno, ich sage es jedes Mal, Gebete sind es, die sie erden können, das Herz beruhigen können, vor allem in beispielsweise auch mal privaten herausfordernden Situationen, entsprechend wird sich der Beziehungsstatus vieler in dieser Karma-Phase verändern, ja, ein Titel verändert sich, berufen sich natürlich auch, aber eben auch privat, ja, von verheiratet zu Single oder von Single zu verheiratet, ja, einige erleben Familienzuwachs und andere, ja, trennen sich, lösen sich, ja, aus einer Art Co-Abhängigkeit wahrgeben, ja, erfolgt oft in dieser Zeit eine Art Selbstständigkeit, ja, ein neues Image wird kreiert, der Wohnort vieler könnte sich verändern, ein Pendler-Dasein, ein Nomaden-Dasein hört auf, man wird sesshaft, oder man wird eben auch ein Gesicht für etwas, hebt eine bestimmte Flagge hoch, steht für etwas einfach, ja. Interessant wird in diesem Zusammenhang auch die Zeit Ende September, Oktober 2023 sein, da haben wir dann die erste Sonnenfinsternisse in der Waage und weitere auf der Karma-Achse werden folgen, und ihr wisst, äh, Finsternisse sind immer kermische Peaks, ja, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, also was noch, am 17.7. haben wir dann, ja, einen sehr besonderen Neumond im Krebs, zu dem Merkur im Löwen im Quadrat, zu Jupiter im Stier stehen wird, mhm, hier kann es entsprechend um, natürlich, krebstypisch familiäre Belange gehen, vielleicht auch um, ja, Uneinsichtigkeit in der Familie oder um Streitigkeiten im engsten Umfeld, ja, es kann um Immobilien, das Zuhause oder um Gelder aus dem Ausland gehen, auch um eine Art, vielleicht Entzweihung, ja, räumliche, häusliche Trennung, vielleicht ist auch der Wunsch da, eine private Reise mit einer geschäftlichen Verbindung, äh, zu verbinden, ja, und man hat hier einiges zu koordinieren, ja, der Krebsnummer und beleuchtet steht, ist eben auch, äh, äh, unsere emotionale Welt, das Seelenleben vor allem, und wenn hier nun, zu einem Krebsnummer, Merkur und Jupiter im Quadrat, zueinander stehen, braucht es manchmal Fingerspitzengefühl, ja, auch wenn es, ja, vielleicht nur darum geht, äh, nach höheren Antworten zum Beispiel zu suchen, ja, ein Jupiter-Merkur-Quadrat fühlt sich generell nicht unbedingt negativ an, anders als bei einem zum Beispiel Saturn-Quadrat, ja, das wäre etwas härterer Tobak, aber dennoch sollte man sich fragen, was es denn ist, na, das wir wirklich brauchen und wirklich suchen, und der islamische Mystiker und Poet Mavlan Arumi schrieb passenderweise dazu, und ich lese kurz vorher, also, siehst du nicht, wie der Mensch hundert verschiedene Wünsche hat und sagt, ich will Nudeln, ich will Börek, ich will Braten, ich will Süßes, Früchte, ich will Datteln, erzählt sie auf und nennt sie, aber die Wurzel ist eines, nämlich Hunger, in Wirklichkeit ist das, was anzieht, immer nur eines, aber es erscheint vielfältig, siehst du denn nicht, wie er, wenn er von einer Sache satt ist, sagt, nichts von diesen Sachen brauche ich mehr, so begreift man, dass es nicht zehn oder hundert Dinge waren, sondern nur ein einziges, und das war der Hunger, ja, fragt euch also, ja, was ist die Wurzel eures Hungers, ja, das wirklich gestillt werden möchte in dieser Zeit, und noch etwas möchte ich unterstreichen, in Mavlamas Worten, er schreibt es, ja, sehr oft, dass es eben nicht Worte sind, die einen Menschen zueinander beurteilen, sondern unsere Gedanken, wenn jemand hunderttausend Propheten, Wunder und Erklärungen, und, und, und bekommen würde, oder gar sehen würde, ja, wenn er kein kongeniales Element hat, mit dem Propheten selbst, oder dem Heiligen, dann nützt das alles nichts, ja, Worte sind nur ein Vorwand, schreibt er sehr oft, das sind die zueinander passenden Elemente, die innersten Gedanken, die ein Menschen zu anderen ziehen, nicht aber die Worte, und Mavlamas, und das streicht, ja, der Gedanke an den Garten, bringt ihn zum Garten, der Gedanke an den Laden, bringt ihn zum Laden, ja, aber, und jetzt kommt's, auch in diesen Gedanken liegt, eben ab und an, eine geheime Täuschung, ja, und Mavlamas schreit, auch dazu, Moment, ich kann nicht mehr kommen, siehst du denn nicht, wie du zu irgendeinem Platz gehst, und es dir dann leid tut, dass du gegangen bist, und du dann sagst, ich dachte, es würde gut sein, aber dem war nicht so, ja, Gedanken sind eben auch, oder haben eben auch, einen Schleier, ja, wie man vielleicht auch hier eben, zum Neumond merken wird, und wenn immer diese Gedanken verschwinden, oder eben diese Realitäten dann, ohne Schleier sich zeigen, gibt es, manchmal eine richtige Auferstehung, ja, bedenkt wirklich also, zum einen, was ihr vielleicht braucht, ist nur eines, ja, und liegt nicht in der Vielfältigkeit, und zum zweiten, es sind nicht Worte, sondern eure innersten Gedanken, die euch in bestimmte Situationen bringen, nur auch diese können täuschen, ja, zumindest kann es sein, dass manche hier ein dartiges Erwachen erleben, ja, zum Krebs, Neumond, macht es vielleicht Sinn, auch mal in die Fixstern zu blicken, und siehe da, ja, Venus im Löwen, und der Fixstern, Alpha Art, stehen in Konjunktion zueinander, huhu, Alpha Art ist im Nacken, manche sagen, im Herzen der kosmischen Wasserschlange, Hydra, auf Lana, hier ein Bild, diese Schlange ist weiblich, es gibt noch eine kleinere, männliche Wasserschlange im Himmel, die heißt Hydrous, aber hier ist Hydra Thema, und die steht einerseits natürlich, ja, für Schlangen selbst, real kann es um Schlangen gehen, ja, Angst vor Schlangen, in einem Haus, man kann von Schlangen träumen, ja, oder man hört von einem Menschen, verschlungen durch eine Schlange, ja, solche Meldungen halt sind durchaus möglich, sinnbildlich kann es bei Venus und Alpha Art auch um eine Schlange als Frau handeln, um eine Täuscherin, ja, wer weiß, mit besonderen Verführungskünsten, vielleicht um eine Nebenbuhlerin quasi, die Thema sein kann, so a la Monica Lewinsky, die mit dem ehemaligen amerikanischen, verheirateten Präsidenten Clinton eine Affäre hatte, die hatte zum Beispiel so eine Konjunktion in ihrem Geburtshoroskop, aber von der Schattenseite einer potenziellen Nebenbuhlerin, mal abgesehen, können uns Alpha Art und Venus auch, ja, positiv beglücken, besonders kreativ stark, reiselustig, lernstark, stimmen, begabt, affin für Heilungsarbeit, ja, das sollte nicht unerwähnt bleiben, ja, was noch, nun begibt sich am 23.7. wie bereits ein Windi Venus in ihre Rückläufigkeit, bis zum 4.9. Am selben Tag betritt, nun auch die Sonne, die Löwen und Cheron, der Heiler im Kosmos, wird rückläufig im Wetter, hier ist also ordentlich etwas los, ja, rund um die Venus, ja, hier kann es nun sein, dass Dinge in Stocken geraten, emotional oder finanziell, die Löwe Venus beleuchtet, eben stets Emotionen, Romanzen, Kinder, Gelder, Handelsgeschäfte, ja, hier können nun auch in der Rückläufigkeit Themen und Menschen aus der Vergangenheit aufploppen, quasi, alte Arbeitskollegen, Frauen, Herz, Damen, Alterzeiten tauchen auf, aber auch Masken können fallen her, hier fallen entweder Schleier, Lügen werden aufgedeckt, Luftschlösser fallen zusammen, oder aber schöne Ereignisse erfolgen das Herz, wobei auch schöne Überraschungen dann vielleicht den Charakter haben, ja, übertriebener Natur zu sein, ja, Überraschung der Extravaganz beispielsweise, ja, was aber stets bleibt, ist mit der Sonne, das Licht Gottes, die Sonne, die ewig aufgeht, die Wahrheit, die strahlt, und die kann und wird, ja, wunden, wenn da, ja, wo auch immer heilen, in diesem Zusammenhang, könnte auch der 27. wirklich wichtig werden, denn hier stehen Venus und Erko und Löwen in einer Konjunktion zusammen, in den letzten Graden, das ist ein Zeitpunkt eben für Wahrheit, ja, auf der Herzebene vor allem, und dazu fällt mir auch ein, unser geliebter Prophet, Mohammed, der Friede und Segen sein auf ihm, sagte und betete oft, oh du, der die Herzen wendest, mache mein Herz fest in deiner Religion, die Menschen in seinem Umfeld fragten, hast du denn etwa Angst, du gesamte Anlass, und er antwortete, ja, was kann mir Sicherheit beschaffen, wo sich das Herz doch zwischen zwei Fingern des Erbarmes befindet, der es wendet, wie er will, also will sagen, man bete einfach wirklich, dass sich das Herz, ihr Herz, das Herz anderer, ja, der Wahrheit, der Liebe zuwendet, und sich nicht abwendet, Löwen selbst, ja, sollten außerdem besonders aufpassen hier, dass sie sich oder andere, ja, emotional, ja, oder gar physisch verletzen, und das wäre eben unter solchen Kräften schnell getan. vom 28.07., einen Tag später, ist dann Merkur in der Jungfrau, bis zum 5. Oktober. Wir haben ab Ende Juni, Mars und Merkur beide, für eine gewisse Zeit lang, in der Jungfrau, und vom 23. August dann, bis zum 15.09. wird Merkur rückläufig. Und das war ja auch bereits erwähnt, vom 23. August bis zum 4.09. sind dann Venus im Löwen und Merkur in der Jungfrau, beide rückläufig. Ihr seht alle Daten, ja. Im August funktionieren dann Verstand und Herz, die beiden Ebenen vielleicht etwas langsamer, sind getrübt, gehen aber einer Sache vielleicht auch auf den Grund, auch darauf bin ich in mein mega-hastos-special bereits eingegangen, vielleicht erinnert ihr das, ja. Das wird den August insgesamt etwas strapazieren, ja, zum Glück nur kurz, aber ein kleines Trostpflaster an, ja, es geht allen so, und, ja, umso mehr genieße man also diesen Juli, und plane für August hier vielleicht bereits einen Plan B vor, ja, auf jeden Fall aller Fälle. Aber zurück zu Juli. Ende Juli, ganz wichtig, haben wir Pallas, Merkur, Mars, alle in der Jungfrau. Ja, der Herrscherplanet der Jungfrau in Istmerkur, der hier wirklich so unseren Organisations-, Ordnungs- und Vertriebssinn stärkt. Wir könnten aber hier auch getestet werden, vom lieben Gott, wer quasi wirklich am besten handelt, wer in eine Art Wettbewerb uns begeben, um letztlich karamische Punkte zu sammeln. Jungfrau hat immer auch etwas mit Ernten und Seen zu tun, ja, Seegutes, damit du Gutes ernten kannst, ja. Lebe totes Land, tote Erde für einen höheren Nutzen, ja. Also, Mars und der Jungfrau und Jupiter im Stier, wir übrigens stehen am 1. August zum Fassermannvollmond im Trigon zueinander. Das sind Kräfte, die uns ungemein pushen, tatkräftig stimmen. Man kann also auf Hilfe von oben, von Dritten hoffen, das ist wirklich, ja, super. Da geht es eben vielleicht auch um eine Art Arbeitssamkeit, Arbeitsgemeinschaft, Kooperation, Aufbau und hoffentlich eben nicht um Raubbau, ja. Ja, so viel zum Monatsende, ihr Lieben. Das waren meine Ausführungen zu Juli. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass ihr das ein oder andere für euch ja persönlich mitnehmen konntet, dass ich euch den Juli-Zauber etwas nahe bringen konnte. Für all die, die noch können, fasse ich den Monat trotzdem noch einmal kurz zusammen. Es war ziemlich viel an Info, ich weiß. Wir haben einen besonderen Steinbock-Vollmond am 3.7., dem Pluto das letzte Mal beiwohnt. Und ich führe mal auf, welche Lebensbereiche durch den Steinbock-Vollmond ja konkret beleuchtet werden für die einzelnen, ja, welche astrologischen Häuser, für die Sternzeichen, konkret betroffen sind. Das ist ein Steinbock-Vollmond, der außerdem vom Fixstern Sirius im Krebs bestrahlt wird und uns unglaubliche höhere Einsichten gewährt, unser drittes Auge aktivieren kann. Das ist aber auch ein Vollmond, der uns sicherlich aber auch pluto-typisch testen kann. Er hat zwischen Macht und Ohnmacht Sterbe-Werdeprozesse aktiviert auf der seelischen Ebene, versteht sich. Viele können hier entsprechend erneut an beispielsweise materiellen Werten und Dingen dem körperlichen verfallen oder meinen, man brauche so viele Dinge, ja, materielle Dinge im Leben und wird dadurch gefordert werden können oder strebt in seinem Tun sehr nach persönlicher Anerkennung, Status, die riesen Follower-Anzahl oder was, ja, und verpasst dabei das Wesentliche, die Verbindung zu seinem Höheren Selbst, ja. Also achtet wirklich auf eure Gedankenmotive, nehmt diese bewusster wahr und gegebenenfalls reinigt diese auch ganz bewusst. Vielleicht gilt es etwas, gut sein zu lassen, zu opfern vielleicht, die Vergangenheit umzulassen und nach vorne zu schauen, Ballast abzuwerfen, statt mitzunehmen. Also eine Tür bewusst zu schließen, loszulassen, wissentlich, dass eine neue Tür sich öffnen wird. Ja, man vertraue wirklich darauf, dass Dinge eben schon auch zum richtigen Zeitpunkt geschehen, ja. Jupiter im Stier und der Fische-Saturn werden Ereignisse, um den Sternbockvollmond zu porten. Wir haben also Sonne, Mond und die Elemente Wasser und Erde, ja, das ist alles zusammen, wirklich eine unglaublich schöne Komposition im Himmel, die das Beste aus uns holen kann, ja. I love it, you should love it, ja. Pallas, Mars und Merkur betreten alle die Jungfrau, ja, sät Gutes, damit ihr Gutes ernten könnt. Er achtet auch auf das, was ihr ausspricht in dieser Zeit. Was die Jungfrau konkret beleuchtet, seht ihr jetzt auch eingeblendet. Diese Kräfte stehen im Juli. Der Saturnkraft auch gegenüber, in Opposition zum Fische-Saturn. Das wirkt hoffentlich stabilisierend, heilt, gewinnt, diszipliniert, arbeitend und nicht frustrierend. Schaut aber, was ihr so erlebt, wie ihr damit umgeht, ja. Hier könnte Saturnfische typisch auch etwas zu Ende gehen, ja. Hier geschehen Dinge vielleicht, aber auch die Nerven, aber einen höheren Sinn haben, ja. Zu unserem eigenen Schutz vielleicht, ja. Im August stehen übrigens die Jungfraukräfte dann gegenüber vom Fische-Neptum. Wir haben ja Saturn und Neptun in Fische und im August könnten dann Menschen mit der Neptunkraft vielleicht etwas verträumter sein, verpeilter, ausschweifender und anders als hier im Juli eben vielleicht auch maßloser, unehrlicher sein auch, ja. Und wie heißt es so schön? Ein Mensch, der nichts Wahres, ja, nichts Gutes über Gott zu sagen hat, ist von Gott verlassen. Also tut selbst nichts Verwerfliches, denn ihr würdet euch selbst vielleicht auch damit schaben, oder aber ihr erfährt eben, dass andere, die euch schaden wollten, vielleicht selber getroffen werden von ihrer Schlechtigkeit, ja. Seid vorsichtig, was ihr wem wie anvertraut in dieser Zeit, könnte später gegen euch verwendet werden. Achtet auf das Tun von Menschen und weniger auf die Worte, ja. Manche könnten bei dieser aktionistischen Jungfrau-Kraft auch, ja, wie gesagt, sehr genderfeindlich sein, gewalttätig gegenüber Frauen, oder es sind Mütter selbst, die vielleicht gewalttätig sind, da braucht man dann Hilfe, sollte man sich Hilfe holen. Ja, und was noch gesundheitlich? Wirklich, achtet auf eure Verdauungsorgane, Blinddarmentzündungen könnten aufkommen. In der Urlaubszeit, achtet auf das, was ihr isst in Hotels oder was verzichtet im Ausland. Wenn ihr darum anfällig seid, auf Ruhrsachen, Salat und isst, mehr Durchgekochtes und Durchgebratenes, das empfehle ich immer. Auch Heilfasskuren werden sehr positiv jetzt, ja, überhaupt auch mit dem Rauchen oder was aufzuhören, mehr auf die Gesundheit zu achten. Jungfrau hilft hier ungemein, stärkt jeden in diesem Umstellungsprozess, man muss es wirklich nur wollen. Eine besondere Löwekraft wird das zweite Halbjahr stark prägen, ja, was der Löwe beleuchtet, sei eingeblendet. Hier im Juli steht die Löwekraft, zunächst Venus, dann übrigens auch im Erko am Löwen, im Quadrat, zu Jupiter und Uranus im Stier. Da steht alles wirklich auf, überraschende Wendungen, im Juli zumindest, ja. Und das Venus-Uranus-Quadrat ist sogar bis Mitte August schwierbar. Für manche bedeutet das zum Beispiel weniger als mehr oder dass etwas losgelassen werden muss, ja, oder angepasst werden muss, ja. Venus und Uranus sind letztlich ja auch wirklich sehr wesensfremde Himmelskörper. Venus will Harmonie und Uranus ist eher rebellisch, will erneuern. Venus liebt Romane und Uranus eben, die faktenorientierten Lehrbücher. Da findet man dann einen Kompromiss so zwischen beiden Polen. Für andere aber bedeuten diese Kräfte eher, na dann zeig mal, was du kannst, ja. Venus liebt nämlich das Schöne, die Bühne, ja. Und Uranus, das Können, das Andersartige. Und man wird erstaunt sein, so über manche Leistungen, Talente, Menschen, besonders von jüngeren Menschen oder von Frauen auch, die hier zum Beispiel wichtige Führungspositionen einnehmen können. Ja, wirklich sehr spannend. Übrigens, Venus und Merkur im Löwen, das erinnert mich auch an eine sehr interessante, schöne Anekdote aus der Mystik. Und dennoch fragte einst ein Bettler, einen weisen Mann, wann kann man zu Frohsinn kommen? Und der Weise antwortete, in dem Moment, da Gott im Herzen ist. Solange die Verbindung zum König nicht da ist, ist das Unglück dein Begleiter. Ja, Venus wird ja nun auch erschwerenderweise eben rückläufig. Und das wird ab Mitte Juli bereit zu spüren sein. Ja, Löwens selbst werden das besonders spüren. Stiere und Wage vielleicht auch, weil Venus ein Herrscherplanet ist. Aber letztlich sitzen wir alle in diesem Boot. So, und im besten Fall treffen wir vielleicht auf alte Gesichter, die uns erfreuen oder unsere reichen Meldungen aus der Vergangenheit von alten Kollegen oder was. Vielleicht zur Werbung-Venus-Konjunktion zum Monatsende. Ja, aber in jedem Fall sind besondere Ereignisse und Meldungen möglich, insbesondere durch bekannte Gesichter. Es kann beispielsweise auch sein, dass aus einzigen Feinden und Freunde werden oder aus Freundenfeinde. Geschäftig, privat, ja, Liebende könnten sich entlieben, entliebte sich wieder ineinander neu verlieben, ja, Trennung, aber auch ein Heiratsantrag ist möglich, ja, beides. Ja, oder ein Angebot erreicht ein, man wird beruflich empfohlen, ja, gehethandert, ja, zurückgeholt, sowas eben, ja. Man sei nur während der Rückläufigkeit von Venus im Verkehr, im Handel sehr aufmerksam, betreiben zum Erkomm-Venus-Konjunktion konkret, ja, am 27.7. vielleicht kein Online-Handel, ja. Aber trotzdem, seid gut erreichbar, seid spontan. Ja, man lasse sich nur in der Rückläufigkeit vielleicht nicht unbedingt so auf eine neue Liebschaft ein, so auf ganz, ganz neue Themen, ja. Gesundheitlich achte man in der Rückläufigkeit von Venus, besonders auf Herzrhythmusstörungen, ja. Übrigens, auch ein Tod durch ein gebrochenes Herz gibt es, ja, aus Trauer oder besonders starker Angst auch, wird hoffentlich kein Thema sein, aber ist möglich. Ja, was noch, die Mondknotenachse verschiebt sich im Juli offiziell zu Widerwaage. Und auch Chiron ist im Wetter noch, übrigens bis 2026, 27, ja. Und wird hier im Juli erst einmal rückläufig, ja, was mit der beleuchteten CDR eingeblendet, und zwar wirklich auch für die nächsten 1,5 Jahre, das sei noch mal unterstrichen, ja. Und Chiron und diese Mondknoten, oder diese Mondknotenachse, die werden nächstes Jahr 2024 öfters zusammen agieren und uns emotional, aber auch eben sehr dankbar stimmen können. 2024 hat so einiges im Petto, nicht für Widergeborene selbst, aber wirklich für uns alle. Und, ja, es geht grundsätzlich karamisch, ja, um Daseinsfragen, dies zu klären gilt, und hoffentlich um keine Lebenskrisen. Es geht ja um Identitätsfragen, ja. Für was steht man, will man stehen, man hält vielleicht auch die Chance, sich zu spiegeln, sich bewusst spiegeln zu lassen, oder manche bekommen vielleicht einen Spiegel in die Geheimnisse und merken es vielleicht nicht, ja. Durch das Thomas-Evangelium wissen wir übrigens, dass auch Jesus eins seine Jünger bat, ihn zu spiegeln, ihn mal zu vergleichen. Ja, nicht, dass er nicht wüsste, wer er ist, aber er fragte trotzdem und sprach, und das lese ich euch auch noch mal kurz vor, also, vergleicht mich und sagt mir, wem ich gleiche, ja. Und Simon Petrus sprach zu ihm, du gleichst einem gerechten Boden. Matthäus sprach zu ihm, du gleichst einem besonders klugen Philosophen. Thomas sprach zu ihm, Lehrer, mein Mund vermag es ganz und gar nicht zu ertragen, zu sagen, wem du gleichst. Jesus sprach, ich bin nicht dein Lehrer, denn du hast getrunken und du hast dich berauscht an der sprudelnden Quelle, die ich ausgemessen habe. Und er nahm ihn und zog sich zurück, und er sagte ihm drei Worte. Als Thomas aber zu seinen Gefährten kam, befragten sie ihn, was hat dir Jesus gesagt? Thomas sprach zu ihm, wenn ich euch eines von den Worten sage, die er mir gesagt hat, werdet ihr Steine aufheben und auf mich werfen, und Feuer wird aus dem Stein herauskommen und euch verbrennen. Ihr Lieben, viele kennen dieses Ereignis. Was wird Jesus Thomas gesagt haben? Also glaubt mal ja nicht, die Antwort zu kennen. Feuer wird aus dem Stein herauskommen, wenn ich euch das sage, spricht Thomas. Ist ja in der Mystik, steht Feuer, steht für die Wahrheit, das Licht, das Fackeln der Wahrheit. So, und worauf ich nach Hause will, es gilt hier in dieser Mütter-Karma-Phase, die Wahrheit über euch selbst herauszufinden. Und habt, wie gesagt, keine Angst vor Spiegelungsprozessen. Sie werden euch in dieser Phase besonders helfen. Ja, was noch? Die Sonne betritt den Krebs, gefolgt vom Krebs-Neumond am 17.07., der ja auch in Opposition zu Pluto steht. Ein letztes Mal für uns. Ihr seht, was den Krebs bei jedem beleuchtet. Themen aus der Vergangenheit, aus Januar vielleicht, können aufkommen. Da hatten wir nämlich einen Krebs-Vollmond. Und hier eben den Krebs-Neumond. Also die Familie, mütterliche Belange, unsere Talente, unser Körper, unser Tempel quasi, das Zuhause, die Heimat, alles Bereiche, die beleuchtet werden können. Wenn nichts zum Beispiel ins Ausland fährt, verschönert vielleicht sein Heim. Vielleicht ist ein reales oder literarisches Baby auf dem Weg und landet hier quasi in den Schoß von bestimmten Menschen. Es beginnt ein wichtiges, neues Projekt. Man löse sich zum Neumond. Wirklich von Fesseln und Ängsten. Habe keine Angst vor einem Kampf. Vor allem eben mit sich selbst, seinem Ego oder was auch immer. Diese Neumond-Kräfte erinnern mich auch beispielsweise an einen weiteren Jesus-Ausspruch, der sagte eins, ich bin nicht gekommen, um Frieden in die Welt zu werfen. Ich bin gekommen, um Zwistigkeiten auf die Erde zu werfen. Feuer, Schwert, Krieg, betont er. Sehr, sehr bekannt. Dieser Ausspruch. Feuer, ich erwähnte es. Damit ist die Wahrheit gemeint und die Suche nach der Wahrheit. Schwert, damit ist gemeint, das eigene Urteilsvermögen, die Unterscheidungskraft zu stärken. Was den Krieg betrifft, da meint er, der Zauber, den Krieg mit sich selbst, mit der Nauz, mit dem Ego zu führen, vielleicht mit den inneren Ängsten. In dieser Juli steht ganz unter dem Licht eben auch wirklich dieses Jesus-Ausspruches, ist der Start eines wichtigen Neubegennts für uns alle. Insbesondere für Sie, für Eure, unserer aller Seele, ihr Lieben, für die innere Lotusblüte. Eine Art spirituelle Neugeburt, eine Waschung, ein neues Ich, ein neues Baby, will geboren werden. Eine Art auch, ja, serious Geschenk, wenn man so will, ein leuchtender Stern, wird in unser aller Schoß gelegt. Ja, macht das Beste daraus, optimiert, was es gibt, ja, Wichtiges in eurem Leben. Welcome the new, ja, let the old go. Einige spüren auch wirklich sofort, was ich meine, tragen so eine hartere Aufregung in sich, wissen sofort, was gemeint ist, da ist was in Arbeit, da kommt was, jonglieren bereits mit interessanten Gedanken und Ideen. Andere spüren das alles noch erst, sind später dran, oder arbeiten sich zunächst äußerlich ab, verändern Dinge, äußerlich, das Haus, zu Hause, sind auch alles Prozesse, die letztlich ja innere Prozesse widerspiegeln. Also wirklich sehr, sehr spannend, ja, und sich egal, wie auf einen neuen spirituellen Prozess einzulassen, ist auch nicht wirklich immer einfach, aber dennoch sehr lohnenswert, wie alle Geduldigen merken werden. Achtet in diesem Monat unbedingt auf, ja, Träume, die durch Sirius wirklich erweckenden Charakter haben können. Sie könnten plötzlich ja die Idee bekommen, und dann wirklich nur Mut, ja, bei Sirius ist es noch nie mal eine Idee, man bekommt eine Aufforderung zu agieren, ja. Vielleicht noch etwas, bevor ich dieses Video beende, zu August. Ich habe es sehr öfters angedeutet, und ja, es wird im August etwas kompliziert, denn Venus und Merkur, beide werden gleichzeitig rückläufig sein, aber werden wir auch eine Sonne-Venus-Konjunktion im Löwen haben, die Herzenswünsche erfüllt. Außerdem zwei Vollmonde, einen Wassermann-Vollmond gleich zu Beginn, und einen Blue Moon, einen zweiten Vollmond Ende August in Fischer. Da könnten dann auch wirklich Träume wahr werden. All dazu dann in meinem August-Video mehr, oder ihr lest bereits meine schriftlichen Previews auf avongard.de, da beschreibe ich stets immer den folgenden Monat, bereits einen Monat zuvor, und August sollte auch bald online sein, denke ich. Ja, jetzt im Anschluss folgen wir immer die spirituellen Hinweise für alle Sternzeichen, diesmal mit Koranversen, und ja, um diese wirklich zu verstehen, sollte man sich etwas Zeit lassen. Ja, letztlich spiegeln diese Verse ja auch Wichtiges wieder. Ja, und da ich Koranverse ja auch immer nur kurz einblende, gern einmal screenshotten die Versen, dann könnt ihr diese euch mehrmals durchlesen. Wir sehen uns inshallah bald wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Sommer, atemberaubende Träume, tolle Eingesichten, ein Froschaffen, schöne Überraschungen und ein starkes Herz. Eure Genültel. Gile 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020